drei minuten später ich habe es nicht hingekriegt ich habe es mehrmals versucht machen wir es trotzdem mit dem 21 haben wir jetzt hier stelle ich noch einige schaufeln hier damit ich hier die schützlinge machen kann die hier waren ja hier und hier nein da so noch irgendwas dazu gekommen das hier oder ja ok viermal farbe brauche ich und das war ich chemikal jetzt müsste ich hierauf warten dann würde ich das da machen aber ich dann gleich nicht genug sagen also brauche ich auch noch das da hier müsste ich in der werbung gucken und hier ich habe aber immer noch fast ein volles lager wenn diese ganzen sachen nicht abgefragt warum warum kann ich das nicht geben warum kann man nicht so eine aufgabe ablehnen das zum beispiel warum nicht ablehnen und geht sowas nicht naja ich werde dann wahrscheinlich mehrmals kappen ich werde versuchen hier die werbung zu gucken weiter zu gucken und hier da baue ich das auch noch mal da war mal wieder mein speicher voll ich hatte noch die letzte folge drauf die habe ich aber schon hochgeladen deshalb habe ich das video jetzt erstmal gelöscht ja hat leider nichts zu verkaufen dafür habe ich ein geschenk trotzdem noch ein geschenk trotzdem noch nicht bekommen müssen wir mal gucken ok zweimal zement einen schrank werde ich wahrscheinlich nicht machen viermal stoff ich könnte mir eine werbung ansehen dreimal gras naja zwei pflanzen punkt ist echt wenig einmal chemikalien ich könnte mir auch eine werbung angucken erst mal nicht die ganze zeit tippe ich dahinter jetzt einmal davor toll auch noch mal zwei pflanzen und hier warte mal bringt das was nein also ich brauche einmal chemikalien und viermal stoff auf jeden fall und zement oh zement braucht chemikalien ja es gibt drei punkte für den stoff also wenn ich das eher machen übrigens falls irgendjemand das hier kapiert ich kapiert es nicht alle attraktionen bringen derzeit die dreifache dreifachen legendären punkte attraktionen rate mal attraktionen ist das eine attraktion kann ich mir leider nicht kaufen das teil kann bis 15 punkte auf einmal bringen leider habe ich nicht die genötigen punkte dazu mützen 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 mütze mütze stoff dann ein schrank glas habe ich noch glas nein ich habe kein glas mehr dann 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 das bringt mir auch nicht viel dann müsste ich hier noch eine schaufel erstellen plastik brauche ich dazu dann haben wir hier mal eine geparden tempomarke rein ähm nein und hier auch es dauert noch knapp zwei minuten jetzt äh ja 18 punkte und ich brauche 40 zwei topf pflanzen noch eine mütze ja chemikalien noch eine pflanze das gras was ich gerade herstelle eine minute noch ja die chemikalien die ich vorhin das brauche der stoff der gerade hergestellt wird ok noch eine halbe minute das da das da ich kann leider keine katastrophe auslösen weil mir einfach die sachen dazu fehlen hier eine batterie auch eine batterie zwei batterien und zwei von diesen handschuhen ich glaube schon so dann können wir hier das herstellen jetzt haben wir schon einmal gras gut dann mache ich jetzt hier einen cut danach wird wahrscheinlich das gras fertig sein und ich guck hierfür eine werbung also bis gleich willkommen zurück zu sim city build world heute werden wir hier ein legendäres gebäude machen mit der spezialisierung bildung ich mache eigentlich immer am liebsten bildung weil ich da so gut aufgestellt bin ich habe hier zwei äh drei drei öffentliche bibliotheken ich habe eine grundschule ein gymnasium äh eine allgemeine hochschule ähm und die universität warum ich die auch nicht mehr hä ich kann die halt nicht mehr bauen ok achso ja ja ich erinnere mich ich habe das hier mal aus Versehen gelöscht zerstört ja egal bauen wir sie nochmal jetzt haben wir keine goldenen Schlüssel mehr egal bringt uns ein paar Punkte mehr äh 21 Stunden hält das hier noch dreifache Punkte und äh ich sehe mein Lager mein Lager ist gerade am platzen 160 von 160 ich habe halt nichts im Übermaß ah Lagerstangen und äh Bulldozerräder sind ein bisschen viel ja gut dann verkaufen wir ein paar davon äh pfff 600 machen wir mal weg so dann verkaufen wir davon mal zwei und noch ein 600er machen wir weg und machen hier auch noch mal zwei jetzt habe ich ein bisschen Platz das reicht natürlich auch nicht ah hab noch ein Rad bekommen äh ja ich habe hier noch was im Pass bekommen erhöhte Promenade zwei Stück ähm ja das kann man über eine Straße bauen warum auch immer äh wo machen wir das denn hier einmal einmal zweimal und zweimal so ich konnte mich nicht wirklich dafür vorbereiten weil man sich nicht wirklich dafür vorbereiten kann also im Grunde muss man von allem eine große Menge haben mein Lager platzt ich habe eigentlich von allem eine große Menge naja ähm wir haben ja hier noch diese eine Aufgabe äh legendäre Punkte verdienen 30 und los geht's so dann stürzen wir mal mein System ins Chaos äh warte mal nur ein Punkt habe ich irgendwas übersehen die drei waren legendären Punkte ok was auch immer das wird so Ewigkeiten dauern das System wieder herzustellen äh hier haben wir noch was wir haben schon zwölf Punkte ohne Probleme bekommen jetzt wird's langsam schwierig ok drei Fische ganz leicht drei oh ähm da drei Fische vier Glas einmal Stoff drei Fische vier Glas einmal Stoff drei Fische vier Glas einmal Stoff gleich hole ich noch den Fisch schon wieder so schon 14 Punkte zwei Mal Käse zwei Mal Käse für nur einen Punkt das ist echt schlecht davon noch was ok dann gucken wir noch mal kurz hier ja ja das war mit dem Fisch ja das war mit dem Fisch wir brauchen drei Fische das mache ich glaube ich erstmal nicht ach schon wieder zwei Pflanzen uff das könnte lange dauern zwei Schuhe für einen Punkt ja einmal Chemikalien brauchen drei Fische viermal Stoff toll einen Schrank ok dann gehen wir mal zum Frostjord holen die drei Fische 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 neue Fische herstellen das warte ich nochmal ein bisschen ab äh wie viele Punkte haben wir denn jetzt 17 wir haben schon über die Hälfte geschafft das ist natürlich wirklich toll so jetzt haben wir noch einen Punkt dann gucken wir jetzt mal und dann können wir noch jetzt mal den G suis weigern lindig die die Bis zum nächsten Mal.